Er ist eine Institution, er ist ein liebenswerter Mensch, ein großartiger Künstler und er ist ein Rumäne mit Leib und Seele und mit Stimme. Kammersänger Marcel Roschka ist das, was man in Essen mit einem wohlwollenden Satz bezeichnet. Er ist ein Urgestein, er ist in Essen nicht wegzudenken und er singt nun für Sie im Verdi-Jahr die Arie des Vagio aus der Oper Macbeth. Begleitet wird er von Hans Grun und ich freue mich auf beide großartigen Künstler. Er singt für Sie Marcel Roschka und Hans Grun. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020